Was geht ab Leute, Szene ist wieder da, heute schauen wir uns mal an was könnte denn in Kapitel 909 so passieren, denn auf reddit kam eine sehr interessante Theorie und die wollte ich euch nicht vorenthalten, aber Achtung das ganze wird nur ein sehr kleines Video, denn ich arbeite momentan an einer sehr großen Vegapunk Theorie bzw. an mehreren Parts davon, aber ich wollte jetzt nicht so lange mit irgendwelchen Uploads warten, fangen wir an. Ein Editor von One Piece äußerte sich mal wieder und sagte der Wano Kuni Arc fängt endlich an und die Strohhütte werden definitiv hmmm. Bei den Aussagen des Editors müssen wir immer sehr aufpassen, denn bisher erzählten sie zwar immer was gerade mit der Strohbande passiert, aber man bekam es selbst nie zu Gesicht. Deswegen muss der Wano Kuni Arc nicht im nächsten Kapitel starten, um ehrlich zu sein es wäre auch ein ziemlich seltsame Cut des Ganzen. Aber Leuten in Reddit ist etwas cooles aufgefallen. Und zwar wenn wir bei Kapitel 903 schauen, hatten wir die 5 Yonkos, in Kapitel 904 die 4 Kommandeure der Revolutionsarmee, in Kapitel 905 den 3. Admiral, in Kapitel 906 den 2. Strohhut, in Kapitel 907 den 1 leeren Thron und in Kapitel 908 kam PX0 wieder vor. Man könnte dies ganze als Countdown deuten, so dass in 909 etwas mächtiges passieren muss oder als Ende des Revory Arcs, aber das würde ich wie gesagt etwas seltsam finden. Eine weitere Möglichkeit ist auch, dass es in 909 mit minus 1 weitergeht und das soll bedeuten, dass im nächsten Kapitel jemand sterben könnte. Hier ist nur die Frage, wer könnte das ganze sein? Eine heiße Kandidatin wäre hierbei Vivi, denn immerhin hatte Imo Sanma ihr Poster als letztes in der Hand. Oder aber es passiert etwas mit Cobras Krankheit? Wir wissen es nicht, sind wir auf jeden Fall gespannt. Auf jeden Fall wollte ich euch die Theorie nicht vorenthalten, ich hoffe sie hat euch gefallen, auch wenn das Video recht kurz war. Schreibt doch eure Meinung oder was mit 909 passieren könnte in die Kommentare, lasst mir einen Daumen nach oben da, ein kleines Abonnement würde mich freuen und ich hoffe wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder, bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.